hallo norbert das ist ganz wunderbar dich hier in hamburg in unserem studio zu begrüßen zum ersten mal bist du hier bei mir danke für die einladung kommst gerade hier von den norddeutschen hi fi tagen auf denen du schon sehr lange bist ja das stelle ich schon seit über zehn jahren aus richtig ja und da hast du sicherlich auch deinen neuen kopfhörer verstärker vorgestellt ja ich habe auf den norddeutschen hi fi tagen den analogen linear 2 vorgestellt und den linear d in der neuen version mk2 die haben dann auch die neuen platinen drin und habe das dann weil ich halt auch analog spezialist bin das dann mit platte vorgeführt also habe dann auch phono verstärker dabei gehabt platten laufwerke von torrents und von trans rota dabei gehabt müssen wir sind mir gestellt worden und das war war sehr schön und sehr stressfrei weil ich keinen lärm im raum hatte ja das ist beim messen natürlich sehr von vorteil ich bin ja super gespannt auf deinen neuen kopfhörer vor verstärker kopfhörer verstärker weil ich habe mich als erstes eigentlich gefragt was kann man da überhaupt noch besser machen an dem linear also hier sieht man ja ich verwende den linear hier im studio ich habe auch noch einen weiteren davon im einsatz und ich bin riesen fan von dem kopfhörer verstärker insbesondere in kombination hier mit den den kopfhörern die wir verwenden ich weiß gar nicht was man da noch besser machen kann also was ich daran so schätze ist die einfachheit und die die übersetzung das ist für mich einfach so präzise was da kommt und ich habe da gar nicht das bedürfnis nach irgendwelchen weiteren einstellmöglichkeiten sondern es ist für mich so eine plug and play solution sozusagen also ich stecke mein kopfhörer rein und dreht laut und alles ist gut was was konntest du noch besser machen überhaupt ja zunächst mal ging es darum zu schauen was haben wir überhaupt und mir ist als der toninsteller der ich auch selber bin im bereich monitoring unglaublich wichtig dass ich mich nicht mit noch irgendeinem mit irgendeiner klangsignatur oder so nachträglich in den produktionsprozess einschleiche sondern dass die leute die damit arbeiten wirklich einfach sich darauf verlassen können dass das was sie da hören so ist wie sie es hören und dann habe ich überlegt was haben wir für möglichkeiten um dieses teil sozusagen noch ermüdungsfeier zu gestalten und auch ja vielleicht noch mehr dynamik zu haben und insgesamt klingt vielleicht ein klischee aber noch sozusagen einen weiteren vorgang einen weiteren vorhang von der wiedergabe runter zu ziehen und ja das habe ich dann halt eben ausprobiert experimentell und ich hatte diese diese platinen die ich da habe machen lassen tatsächlich schon ein paar jahre bei mir rumliegen und der ingenieur mit dem ich zu dem zeitpunkt zusammengearbeitet habe meinte zu mir komm lass das ist das ist das ist völlig overkill dass das bringt überhaupt nichts bei dem bisschen strom was da fließt hast du da gar nichts von dann hat mich ein mitarbeiter verlassen und hat sich dann sozusagen als wunsch wollte er sich noch was selber bauen hat dann die platinen gesehen hat gefragt was ist das habe ich mir das erklärt haben wir super dickes kupfer drauf und so weiter hat er das gelötet hat das gemessen und hat seinen augen nicht getraut weil wir hatten im bereich der der brummfrequenzen also 50 hertz und vielfache eine verbesserung von 10 bis 15 db und ja genau du als fachmann weiß was das heißt normalerweise feiert man sich bei der und als wir dann halt die 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 spektren verglichen haben und festgestellt haben es ist wirklich noch mal so viel ruhiger in dem bereich waren wir einfach sehr glücklich und dann haben wir diese platine hat eben noch bestückt mit anderen bauteilen das heißt mit mit höherwertigen bauteilen sowohl im netzversorgungsbereich mit anderen elkos signal bereich mit anderen kondensatoren und im filter bereich auch noch mal mit anderen kondensatoren und das war also so ein für uns sehr sehr großer unterschied ja und sind dann auch damit sofort letztendlich rausgegangen und haben das auch bestätigt bekommen also inzwischen habe ich bestimmt 200 250 kunden die irgendeinen alten linear hatten habe ich denen dieses neue upgrade angedeihen lassen also die neue den einfach die platine komplett getauscht und die reaktionen waren sehr eindeutig auf der positiven seite also von von sehr positiv bis völlig euphorisch das ist echt unvorstellbar für mich weil für mich klingt das schon ich habe den mit so vielen anderen verstärkern verglichen und das ist für mich schon irgendwie das non plus ultra was wir hier haben und ich bin echt super gespannt ich habe jetzt die zweier versionen noch nicht hören können aber ich bin sehr gespannt sie in ruhe kennenzulernen und dir dann zu berichten was wir da hören für einen unterschied du hast die platinen mitgebracht ich habe tatsächlich zum schauen hier rein visuell sieht es ja ein bisschen schräg in die in die kamera halten ja es gibt schon natürlich ähnlichkeiten also das layout ist nicht verändert worden allerdings je nachdem wie man also auf die platinen drauf schaut in welchem winkel sieht man das bei der unteren platine das ist die neue das kupfer sich wirklich nach oben wölbt hier sieht man richtig wie sich das hier so wie das total erhaben ist ja genau während wenn hier so eine ganz wie dick ist hier diese schicht also die kupferschicht auf der original platine ist standard mäßige 35 mikrometer und die kupferschicht auf der neuen platine das ist das was ich als niederimpedantes kupfer bezeichne die ist 210 mikrometer ist also sechs mal so dick wie die euro und das gibt natürlich gerade im massebereich eine wirklich sehr sehr schöne niederohmigkeit dass also da dem dem brummen praktisch einfach sehr gute ableitmöglichkeiten gegeben sind auf der unteren platine sehen wir hier diese weißen kondensatoren das sind mundorf mkps im vergleich zu den epcos mkps die auch sehr gut sind natürlich die ja hier noch parallel mit fkps sind verwendet werden und die kondensatoren auch die netzteil elko sind hier bei der besseren platine die mundorf elko sind hier auf der anderen die halt eben wirklich ebenfalls sehr 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 guten bc components und dann haben wir hier im filterbereich da auf der original platine die wie mal fkp und hier haben wir glimmer kondensatoren und glimmer kondensatoren sind einfach noch mal deutlich impuls treuer und ja eben auch wieder deutsch treuer also das ist einfach insgesamt ein drastischer preisprung dem wir da haben auch von der bestückung her und aber wie gesagt wenn es das ergebnis rechtfertigt dann mache ich sowas sehr gerne ja wunderbar und also es sind sind teilweise deutsche komponenten die du da verbaust vielleicht auch im zuge der lieferketten problematik hast du bist du davon auch betroffen oder kannst du die sachen hier normal beziehen das ist weil es eine deutsche firma mundorf wo die kondensatoren selber herkommen weiß ich nicht aber die können tatsächlich eigentlich ganz gut liefern mit der lieferketten problematik bin ich vor allem betroffen was er zum beispiel usb chips angeht usb schnittstellen chips die habe es hier nicht verbaut haben gott sei dank das ist ein rein analoges gerät einfach nur stereo eingang auf kopfhörerausgang und fertig und ich bin ja überhaupt mit mit den geräten die ich herstelle auf der schiene dass ich sage bei mir ist die hervorragende klangqualität die möglichkeit lange ermüdungsfrei zu hören die die oberste prämisse überhaupt ja also bei mir geht es weniger um features also ich habe keine keine knöpfe dran zum zum drehen und spielen jedes das liebe ich daran weil was habe ich davon wenn ich tausend sachen einstellen kann ich möchte mich auf eine referenz eine eine referenz einhören und wissen da kann ich mich darauf verlassen statt jedes mal zu kontrollieren ob ein anderer engineer wir arbeiten ja mit mehreren ingenieern hier ob da was verstellt ist und dann merke ich das nicht und so was wie crossfeed oder so was im grunde möchte ich auch das volle stereo bild haben auch wenn er kein crossfeed drauf ist weil das ist gerade für mich der vorteil wenn ich mit kopfhörer arbeite dass ich da die kopfhörer einsetzen kann gerade um das stereo bild noch mal zu kontrollieren weil man im grunde über kopfhörer ja so ein bisschen leicht übertriebenes stereo bild hat so ja klar man hat ja wirklich eher ping pong stereo ein ja 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 richtig aber das finde ich ist gerade sondern so ein ergänzender vorteil vom kopfhörer hören ja natürlich im gegensatz zum normalen lautsprecher hören ja ich bin super gespannt wer du hast tolle referenzen an studios die das verwenden ich habe mal gehört dass die kalix studios auch deine linia pro einsetzen erzähl doch mal was darüber ja bei den kalix studios war das so ich habe anfang 20 19 einen anruf bekommen aus berlin und habe dann praktisch erfahren dass ich einen wettbewerb gewonnen habe von dem ich vorher nicht wusste dass es ihn gibt und das hat die kalix studios über ein jahr gebraucht haben um ihren neuen amtlichen kopfhörer verstärker zu finden die haben das dann so gemacht dass die sich alles haben kommen lassen was auf dem markt irgendwie rang und namen und eine gewisse relevanz hat und dann haben die jeweils mit diesen geräten master erzeugt und diese master dann praktisch in ihrer normalen umgebung quasi auf klangliche plausibilität getestet und da waren also die namen die einem sofort einfallen waren alle dabei egal ob die aus deutschland oder england amerika oder china und den sieg davon getragen hat tatsächlich mein ganz normaler consumer linear der für deutlich unter 1000 euro im handel ist und das war natürlich für mich ein irres ding überhaupt keine frage und dann habe ich zu dem zeitpunkt gerade diese neuen platinen fertig gehabt und habe angeboten soll ich da mal ein gerät mit schicken ja wollten sie gerne ich das also gemacht gerät nach berlin drei wochen nichts gehört dann feedback aus berlin der abstand zum feld hat sich vergrößert das ist echt das ist schon wirklich sehr cool geniales die haben das wusste ich vorher nicht ja mehrere studios und was ich auch nicht wusste ist dass bei denen neun mastering ingenieure fünf mixing ingenieure und drei cutting ingenieure arbeiten also fast anderthalb dutzend leute und diese klangbeurteilung ist also natürlich im kollektiv gefällt worden das heißt das war einstimmig ja und wenn an eine solche menge leute dann praktisch ihre ihre arbeit auf so einer kaufentscheidung mit basieren das heißt für mich schon sehr viel das bedeutet mir auch wirklich sehr viel und ja man kann sich vorstellen diese menge ingenieure die hatten anfang 20 19 ein gesamterfahrungsschatz von circa 150.000 gemasterten tracks und du als mastering engineer weiß was das für eine arbeit ist ansonsten so materialmäßig die haben alleine in ihren studios für über 100.000 euro netzkabel verbaut also es ist schon wirklich eine echte hausnummer ja ja so ein bisschen ist das deutsche sterling sozusagen oder wie sterling bis vor wenigen jahren in new york aufgestellt ansonsten habe ich halt industrie referenzen also sennheiser hatte seit 2005 geräte von mir also den linear verwendet auf ifas und high ends und auch auf internationalen shows also auch mit dem market launch von dem hd 800 das war eine sehr sehr große sause und natürlich war klar dass sennheiser irgendwann einen eigenen kopfhörer verstärker baut weil ich meine hey die haben neumann gekauft das ist ein tonregieanlagenbauer und ja 2013 kam dann akg auf mich zu und sagte ja wir haben hier neuen spitzenkopfhörer das war dann der k 812 den würden wir gerne mit lehmann audio kopfhörer verstärkern in den markt einführen und da war ich wirklich auch sehr platt weil ich mein akg gehört zum hamann konzern und da gibt es nur eine reihe elektronik marken die da auch mit drin absolut ja und dass die dann zu lehmann audio kommen nach kopfhörer verstärkern fragen fand ich schon auch wirklich definitiv zumal ich habe meine mein erster kopfhörer verstärker waren akg zu dem damaligen k 1000 oder ab 1000 genau richtig genau ja es war eine witzige kiste ja natürlich für die die erste bienenaurale das erste bienenaurale system zum abhören und ganz interessante geschichte also das konnte neuen regieakustiken sozusagen auf den kopfhörer projizieren und man hatte auch ein eigenes hrtf also die eigene persönliche gemessene head related transfer function auf einen kleinen chip geprintet die man da reinschieben konnte das wusste ich gar nicht und die darauf gerechnet wurde und das war für die zeit damals das waren die neunzigern es war unfassbar fortschrittlich und das interessante an der geschichte ist ich habe den dann später eigentlich nur noch eingesetzt um sänger mit einem schönen kopfhörer sound zu versorgen und deswegen weil ich festgestellt hatte dass diese binauralität die sorgt ja für diese außen kopf wahrnehmung statt der innen kopf wahrnehmung und das hatte sich positiv ausgewirkt auf die die intonation wobei heutzutage setzt sich den den lehmann pro linear pro ein auch für für gesangsaufnahmen und mit einem sehr hochwertigen kopfhörer habe ich eigentlich einen ähnlichen effekt also ich versuche den kopfhörer zu benutzen die die so ein bisschen größer sind und eine frontseitige also vorderseitige membran anordnung haben das sorgt dann auch für seine reichte leichte außenkopf wahrnehmung und damit habe ich sehr glückliche gut intonierende sänger sozusagen ja sehr schön ansonsten sind bei mir die geräte ja zum beispiel in den muss man sagen legendären bauerstudios in ludwigsburg oder auch seit über zwölf jahren beim wdr in köln in den bereichen wo klassik geschnitten und bearbeitet wird und was mir ist eine tonmeisterin die beim wdr sagte ist da gab es in der im laufe der jahre durchaus mehrere erneuerungszyklen und das was geblieben ist war jeweils der linear pro ja also auf denen wollten die tonmeister einfach nicht verzichten und ich denke sie wissen warum ja auch ein tolles kompliment ja absolut norbert wunderbar herzlichen dank ja für deinen besuch hier und unseren tollen talk und ja das schreit nach einer fortsetzung und ich bin wirklich sehr gespannt sein deine neue revision zu hören und dir da auch ein feedback drauf zu geben ja super danke